Ich bin Robes, Robes und die Maschinen. Hier bin ich in einem Wald. Da ist ein Stapel mit lauter Baumstämmen. Boah, was ist denn das für ein Gerät? Die Maschine fährt in den Wald rein. Was macht die da? Die fällt einen Baum. Und zägt ihn in Stücke. Das ist eine Baumfellmaschine. Hallo, ich bin der Sebi. Ich bin der Moritz. Moritz, hi. Willst du mal gucken? Ja. Komm mal mit. So, das ist ein Harvester. Dann haben wir hier so breite Ketten drauf. Die schützen den Waldboden. Die verteilen die Last von der Maschine auf eine breite Fläche. Harvester bedeutet Erntemaschine. Mit dieser Maschine erntet sie wie Holz. Und hier vorne, da ist der Harvesterkopf. Der macht die ganze Arbeit. Der ist ungefähr so schwer wie ein Auto. Der Harvester hat einen langen Arm. Und da ist dieser Kopf dran. Das sieht ja wild aus. Was ist das alles? Du hast hier oben ein Messer. Und zwei Vorderen. Und hier unten sind auch nochmal zwei. Richtig. Und das, da ist auch noch ein Messer. Die Vorderen Messer packen oben um die obere Hälfte vom Baum. Und die Hinteren packen dann mehr unten rum, für die unten sauber zu entasten. Hier unten ist eine große Säge. Die schneidet die Bäume ab. Und auch in Stücke. Also das ist quasi wie bei einer Muttersäge abmontiert. Und die sind jetzt nur größer alt. An dem Kopf von der Maschine sind viele verschiedene Werkzeuge. Und die machen die ganze Arbeit. Wofür ist die? Damit misst er die Länge. Die läuft die ganze Zeit mit hoch und runter. Gehst du dann wieder hinter die Absperrung? Ja. Ich muss noch ein bisschen weiter arbeiten. Sebi fällt jetzt weiter Bäume. Und ich darf zugucken. Sebi sucht nach Bäumen, die gefällt werden sollen. Die haben dann einen orangenen Strich. Die Baumfellmaschine fällt den Baum ab. Und macht die Äste weg. Und schneidet den Stamm in Stücke. Der hat auch einen orangenen Strich. Von oben sieht man, im Wald stehen die Bäume ganz schön dicht. Darum werden zwischendrin einzelne Bäume gefällt. So wie der. Dann haben die anderen genug Platz und Licht zum Wachsen. Und das Holz von dem gefällten Baum kann man später sehr gut gebrauchen. Die dünnen Äste und Zweige sind auch wichtig. Hier legt Sebi vor sich hin. Die schwere Maschine fährt da drüber, wie über ein dickes Kissen. So geht der weiche Waldboden nicht kaputt. Wenn ein Baum weit weg steht, kann die Maschine sich strecken. Sie geht dafür sogar ein bisschen hoch. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Sebi darf nicht einfach im Wald rumfahren, nur auf bestimmten Wegen. Die heißen Rückegasse. Hier ist er jetzt fertig. Du bist ja immer noch hier. Ja. Willst du mitfahren? Ja. Ja, komm. Okay. Jetzt kommt noch was ganz Tolles. Sebi nimmt mich mit in die Baumfellmaschine. Die ist so hoch wie ein Klettergerüst. Danke. So, die Grundfunktion für den Zahn. Guck mal deine Hände auf den Joystick. So, das ist so. Ich darf selber mal probieren. Ich glaube, jetzt treffe ich. Jetzt so nach vorne. Ja, mit dem. Du kannst auch den nach vorne schieben, das stimmt. So. Den nach oben. Genau. Ach, ist schon unten. Vorne, dann geht der runter. Genau. So, jetzt sägen. Genau. Nee, erst zupacken. So. Und jetzt kannst du mit dem Knopf absägen. Den? Den obere. Hä? Jetzt ist er da. Genau. Unterholen. So. Ja. Jetzt. Warte, warte, warte. Da muss ich was schnell. Ja. Jetzt kannst du gerade sagen, ab. So. Wir schauen nach einem Baum mit orangenen Strich. Super. Ja. Ja. Und jetzt. Ja. Ja. Entschuldigung. A-ha! Wir fahren rückwärts wieder raus aus der Gasse. Ich darf lenken. Freisch rum. Die abgeseckten Bäume liegen überall im Wald herum. Und jetzt? Wie kommen die denn jetzt auf den Holzstapel? Das macht eine andere Waldmaschine. Die greift die Stämme und lädt sie auf einen Anhänger. Diese Maschine hat auch einen besonderen Namen. Das ist ein Tragschlepper. Auch der Tragschlepper darf immer nur in der Rückgasse fahren. Am Weg werden die Stämme dann abgeladen. Da kommen diese Holzstapel her. Kann man auch als Hammer benutzen. Richtig. Dieser Holzstapel wird dann später abgeholt. Und die Stämme werden verwendet. Je nachdem, wie gut das Holz ist. Damit kann man Häuser bauen. Oder Papier draus machen. Oder damit heizen. Ganz schön toll, so Waldmaschinen. Aber jetzt muss ich gehen. Okay. Tschüss. Ich bin Moritz, Moritz und die Maschinen.